Warum sind nicht alle Menschen gleich geschaffen? Warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Was ist Karma? Wer führt eigentlich Buch über meinen Karma? Was bedeutet Karma wirklich? Wie komme ich aus diesem karmischen Kreislauf heraus? Ist Karma eine gute oder eine schlechte Sache, Satguru? Wie funktioniert Karma überhaupt? Wenn du neugierig bist herauszufinden, wie dieser Mechanismus funktioniert, könnte dieses Buch dein Schlüssel sein. Ich habe hier ein Schlüssel. Ich bin ein Schlüssel.